Überall auf der Erde gibt es kulturelle Schätze, die es zu erhalten gilt. Kein Land schafft das allein. Es bedarf der Anstrengungen vieler, um Fachkräfte und finanzielle Mittel zu bündeln. Kulturerhalt funktioniert nur gemeinsam. Aber wie sieht das in der Praxis aus? Kulturerhalt in Vietnam. Eine Exkursion an drei schöne Tatorte. Vietnam und Deutschland. Zwei Länder, bei denen man fast automatisch an die Unterschiede denkt. Dabei haben beide Nationen durchaus etwas gemeinsam. Beide Länder sind mit über 300.000 Quadratmetern ähnlich groß und liegen im Herzen ihres Subkontinents. Mit jeweils über 80 Millionen Einwohnern gibt es ähnlich viele Vietnamesen und Deutsche. Beide Nationen haben ihre historische Teilung überwunden. Über 100.000 Vietnamesen haben in Deutschland gelebt, studiert und gearbeitet. Deutschland pflegt seit 35 Jahren Beziehungen zu Vietnam und engagiert sich in Wirtschaft, Wissenschaft, Bildung, Umwelt und Kultur. Vietnam und Deutschland verfügen beide über großartige historische Schätze in der Architektur, bei Denkmälern, in Kunst und Kultur. Neben den großen, bekannten Schauplätzen gibt es viele kleinere Orte, die es wert sind, für die Nachwelt erhalten zu werden. Hier sieht man am besten, wie Vietnamesen und Deutsche gemeinsam Vergangenheit vorzeigbar machen. Werfen wir einen Blick auf drei Tatorte, an denen der Kulturaustausch zwischen beiden Staaten deutlich und lebendig wird. Auf drei Orte, an denen die auswärtige Kulturpolitik der Bundesrepublik Deutschland hilft, vietnamesische Identität aufzuspüren und zu bewahren. Auf drei Orte, an denen Vietnamesen und Deutsche die 35-jährige Zusammenarbeit mit täglichem Leben erfüllen. Zwei davon befinden sich in der alten Kaiserstadt Hue, in der Mitte des Landes. Sie zählt zum Weltkulturerbe der UNESCO. Der dritte Tatort liegt im Norden Vietnams, in Trang Dang, nahe der Hauptstadt Hanoi. Die genauen Tatorte des Kulturerhalts in Hue sind das An Dinh Palais und die Grabanlage des Kaisers Thu Duc. In Trang Dang ist es das dörfliche Gemeindehaus, das sogenannte Dinh. Bei allen drei Projekten ging und geht es um die Konservierung und Restaurierung von historischen Baudenkmälern. Das An Dinh Palais und Thu Ducs Grabanlage erzählen uns Geschichten aus der Vergangenheit. Beide Orte gehen zurück auf die einzige Herrscherlinie Vietnams, die sich zu Kaisern krönte, die Nguyen-Dynastie. Das Gemeindehaus in Trang Dang spielt auch heute noch die zentrale Rolle im Leben der Dorfgemeinschaft. Beim An Dinh Palais und in der Grabanlage Thu Ducs kam ein Ausbildungskonzept, das über den Tatort hinaus wirkt, zum Einsatz. Bedingt durch die Kriegsfolgen und wirtschaftliche Prioritäten mangelt es an Restauratorenfachkräften im Lande. Daher beauftragte man ein deutsches Restauratorenteam damit, ein integriertes Restaurierungs-, Ausbildungs- und Qualifizierungskonzept zu entwickeln und vor Ort umzusetzen. Für das An Dinh Palais wurden 15 vietnamesische Restauratorentrainees ausgewählt. Einige arbeiteten später auch an der Grabanlage Thu Ducs mit. Ihnen wurden die theoretischen Grundlagen des Berufs vermittelt, um sie dann beim Training on the Job projektbezogen an die Praxis heranzuführen. Einheimische Dolmetscher ermöglichten die Vermittlung deutscher, englischer und vietnamesischer Lerneinheiten. Alle Trainees brachten ihr ganzes Wissen und Können unmittelbar ein. Ihre Genügsamkeit und ihr Erfindergeist glichen die nicht immer perfekten Rahmenbedingungen mehr als aus. Diese Menschen waren ein großer Gewinn für die Arbeiten am Andin Palais und an der Grabanlage. Das Land erhält so neben den restaurierten Schätzen eine Schar von dringend benötigten Fachkräften. Dieser Wissenstransfer hilft, zukünftige Projekte kompetent und unabhängig durchzuführen. Im Andin Palais ging es um die Konservierung und Restaurierung der historischen Decken- und Wandmalereien. Kai Din war der vorletzte Kaiser der Nguyen-Dynastie. Er ließ das Andin Palais als Sommerresidenz von 1916 bis 1918 errichten. Der Palast war Ort mancher Ausschweifung. Später bewohnte ihn sein Sohn Bao Dai. Kai Din liebte die Pracht französischer Schlösser. Sie floss ein in die Gestaltung des Palais. Eine Vielzahl europäischer Elemente erweiterte die klassisch-vietnamesische Dekoration. Tapetenmuster, Stuckverzierungen, luftige Gartenzimmer und Malereien mit seidener Anmutung schufen ein Paradebeispiel frühen Kulturaustausches. Sechs große Wandbilder zählen zu den frühen erhaltenen Zeugnissen westlicher Malkunst in Vietnam. Aufgabe für die deutschen Restauratoren und ihre vietnamesischen Trainees war es, den über die Jahrzehnte entstandenen Schäden Einhalt zu gebieten. Tropenklima, also immer wieder Wasser und auch die Fehlnutzung des Gebäudes schufen die Herausforderungen. Speziell für das Anden Palais wurden Rezepturen in- und ausländischer Materialien entwickelt, die bei der Konservierung zum Einsatz kamen. Sie sollen den widrigen Bedingungen in Zukunft besser standhalten. Reizvoll für den Betrachter ist, dass die Restaurierung einzelne Partien in den ursprünglichen Zustand versetzt. Im Umfeld jedoch bleibt das Vorgefundene sichtbar. So ist der Vergleich, so war es, so wurde es, in zwei Richtungen nachvollziehbar. Das Kulturfestival in Hüe präsentierte das Restaurierte Palais im Juni 2008. Eine große Ausstellung direkt am Tatort erläuterte den Verlauf des Projekts. Viele Besucher aus dem In- und Ausland bestätigten den Erfolg der Arbeiten. Sie füllten das Gästebuch mit begeisterten Kommentaren. Die Vizepräsidentin des Landes ehrte die Projekt mit ihrer Anwesenheit. Wechseln wir zum zweiten Tatort. In der Grabanlage des Kaisers Thu Duk ging es um die Konservierung und Restaurierung des Tores und der Geisterblende am Eingang zur Grabstätte. Thu Duk war der vierte Kaiser der Nguyen-Dynastie, gleichzeitig derjenige mit der längsten Amtszeit. Er regierte von 1847 bis 1883. Weitläufig, inmitten von Hügeln, Pinienwäldern, Inseln und Seen, ließ er bereits zu Lebzeiten seine Ruhestätte errichten. Erbaut von 1864 bis 1867 gilt sie als die vollkommenste der sieben Grabanlagen der Nguyen-Kaiser. Thu Duk liebte den Luxus und die schönen Künste. Oft zog er sich mit seinem Hofstaat aus der Wirklichkeit in diese Welt der Stille, Natur und Harmonie zurück. Als begeisterter Poet verfasste er unzählige Gedichte auf der Veranda des Tee-Pavillons inmitten seines Refugiums. Das Tor, altvietnamesisch Thanh Mon, markiert den Eingang zum eigentlichen Grab. Dahinter stößt der Besucher auf die Geisterblende. Die Blende dient der Abwehr böser Geister und störender Winde. Sie sichert die Ruhe des Potentaten. Bei den hier verbauten Mörteln, Ziegeln und Terrakotten wurde zunächst das Material erforscht. Traditionelle vietnamesische Originalsubstanz sollte mit den modernen Methoden der Konservierung in Einklang gebracht werden. Im Rahmen eines Pilotprojektes lieferten Restauratoren und Trainees Daten für ein Handbuch, das später bei der Konservierung der gesamten Anlage und ähnlicher historischer Bauten helfen soll. Auch hier kämpfte man gegen tropentypische Schäden, gegen Wasser und hohe Luftfeuchtigkeit. Dazu gegen den Dschungel, gegen die Folgen unterlassener Instandhaltung und des Tourismus. Fort von den Kaisern hin zum Volke. Am dritten Tatort, dem Gemeindehaus von Thrandang, geht es um die Restaurierung des Gebäudes. Und um weitergehende Vorschläge für die gesamte Dorfanlage. Das gesamte Ensemble besteht aus dem Gemeindehaus, DIN genannt, aus Pagode, Glockenturm, Brunnen, Brücken und Toren. Es geht zurück auf die Thrandynastie. Hier, in und am DIN, konzentrieren sich seither alle gesellschaftlichen Aktivitäten der Dorfgemeinschaft, die Dorfversammlungen, die Schutzgeistverehrung und der Markt. Das DIN steht auf einer Halbinsel und ist von Teichen in Form einer Schildkröte umgeben. Die Schildkröte ist eines der vier für die vietnamesischen heiligen Tiere. Das vietnamesische Kulturministerium hat dem 700 Jahre alten Gebäude den Status eines geschichtlichen Denkmals zuerkannt. Die Bewohner Thrandangs haben das DIN über die Jahrhunderte mit ihren Mitteln instand gehalten und auch immer wieder erweitert. Schädlingsbefall, Wassereinwirkung und Alterung haben dem Haus arg zugesetzt. Die Bevölkerung ist nun mangels Finanzen und Fachwissen damit überfordert. Mit den Mitteln des Kulturerhalts, dem Konzept und der Federführung deutscher Restauratoren und der Tatkraft eines einheimischen Architekten wird dem kulturhistorischen Verfall begegnet. Es geht um die Gesamtkonstruktion aus Eisenholz, um die Dächer von Haupthaus und Altaranbau. Immer wieder ist es ein Kampf gegen die Termiten. Die Schnitzereien an den Balken, die Tierplastiken aus Keramik am First und an den Giebeln sind kunsthandwerklich von hoher Qualität. Sie stammen aus verschiedenen Epochen. Die Dorfbevölkerung begleitet die restauratorischen Arbeiten durch Reinigung der Teiche, des Brunnens und der gesamten Anlage. Das Andin Palais, das Grab Thuduks und das Gemeindehaus in Trandang, der Erfolg an den drei Tatorten wurde möglich durch das Zusammenspiel einer Vielzahl erfahrener Kräfte. Die Koordination und Steuerung aller drei Projekte geschah durch die Deutsche Botschaft in Hanoi. Die wichtigsten Akteure vor Ort, die Bausteine des Fortgangs waren und sind Die gemeinsamen Ziele aller Beteiligten sind die Denkmalpflege, die Konservierung und die Restaurierung, mit einem Wort, der Kulturerhalt in Vietnam. Die Initiative und Finanzierung für alle Maßnahmen gehen aus vom Kulturerhaltsprogramm des Auswärtigen Amtes der Bundesrepublik Deutschland. Seit 1981 unterstützt das Programm die Bewahrung kulturellen Erbes in aller Welt. Ziel ist vorrangig der Erhalt der Kultur in Entwicklungsländern, aber auch der deutschen Kultur im Ausland. Gefördert wurden bisher über 2200 Projekte in 136 Ländern, mit einer Summe von etwa 43,5 Millionen Euro. Darunter sind weltliche und kirchliche Bauten, historische Gegenstände, Handschriften und mündliche Überlieferungen, Museen und Archive, Filme, Dokumentationen, Ausstellungen, Publikationen zum kulturellen Erbe, Aus- und Fortbildung von Restauratoren, Archivaren, Archäologen und Museumsdirektoren. Das Kulturerhaltsprogramm hilft der Identitätsfindung der Entwicklungsländer, dem Kulturdialog auf Grundlage gleichberechtigter Partnerschaft, als starkes Instrument der deutschen auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik. Die Arbeit der Restauratoren geschieht auf der Grundlage der Internationalen Charta von Venedig aus dem Jahre 1964. Sie definiert die Konservierung und Restaurierung von Denkmälern und Ensembles so. Wiederherstellungsmaßnahmen an beschädigten oder verfallenen Kunst- und Kulturgut mit dem Ziel, die ästhetischen, künstlerischen und historischen Werte zu bewahren und lesbar zu machen. Restaurierung erfolgt auf der Basis der kritischen Interpretation des Kunstwerkes und endet dort, wo die Hypothese beginnt. Verpflichtend für alle Akteure ist die UNESCO-Generalkonferenz. Sie hat die kulturelle Vielfalt als ein bestimmendes Merkmal und gemeinsames Erbe der Menschheit definiert. Diese Vielfalt ist zum Nutzen aller zu achten und zu erhalten. Sie gibt Völkern die Möglichkeit, ihre Ideen und Werte auszudrücken und anderen mitzuteilen. Maßnahmen zum Schutz sind stets dann zu ergreifen, wenn Auslöschung oder schwerer Schaden droht. Die deutsche UNESCO-Kommission hat dieses Übereinkommen zu Schutz und Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen von 2005 rasch ratifiziert. Diese Magna Carta der internationalen Kulturpolitik bildet eine solide Grundlage für Kulturerhaltsprojekte Deutschlands in aller Welt. Damit ist gesichert, dass es schöne Tatorte wie das Andin Palais, die Grabanlage Thu Dux oder das Gemeindehaus in Thrandang auch in Zukunft geben wird. Dies gilt für Vietnam und viele andere Länder, weil die Völker dort ihre Identität wahren und bewahren müssen und wir ihnen dabei helfen wollen. Nur so kann der Kulturerhalt zu einer breiten Brücke zwischen den Völkern werden und an vielen kleinen Stellen neue, stabile Verbindungen schaffen. Ovid dichtete, die Tat ist vergangen, die Denkmäler bleiben. Wir ergänzen, Denkmäler beginnen zu verschwinden, neue Taten folgen und bewahren. Was bleibt, sind die Identitäten der Völker, neue Verbindungen zwischen den neuen Tätern an den schönsten Tatorten der Welt. Was bleibt, sind die Identitäten der Völker, neue Verbindungen zwischen den Völker, neue Verbindungen zwischen den Völker, und die Identitäten der Völker, neue Verbindungen zwischen den Völker, neue Verbindungen zwischen den Völker,